Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft at Venture Map. Diesmal spiele ich die Map von Superflash LP und zusammen mit... Moin! ...Lukas! So, wir sind ausnahmsweise mal direkt am Spawn Point gespawnt, also da wo man auch hin soll. Hallo TPN, dies ist eine Jump Map. Gespielt wird ohne Monster, du wirst oft Schalter finden, die Rückwege bringen, also Save Points quasi, wenn du fällst. Die Welt wurde im Creative Mode erschaffen. Flieg nur, wenn du nicht weiterkommst oder es erlaubt wird. Du darfst nicht ab- oder anbauen, Sprinten ist erlaubt und du wirst es auch oft brauchen. Schilder kommen noch öfters, die dir einiges noch erklären. Achso, okay. An manchen Stellen findest du Schilder, die dir sagen... Steht da, oder? ...was zu tun ist, wenn du zum Beispiel in Lava fällst. ...da lang. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, vielen Dank, würde ich sagen. Äh, starten mal. Betten sind Saves. Ach ja, die Map ist nicht schön, aber schwer. Okay. So, jetzt hast du auch wieder was sagen. Ja, auf geht's, Willis. Wir haben ja festgestellt, dass der Lugas am Anfang nie was sagt. Äh, hier ist eine... Oh ja, wie ansiehst du das? ...Abkürzung, aber dafür musst du erst den Weg finden. Der Zaun hoost. Boah, ich bin drei weit gekommen. Och, das ist ja mal scheiße hier. Ich bin kein zweit gekommen. Das ist ja sau schwer. Na, die Map wird schwer. Ja, die schaffen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, so wie ich uns kenne. Uns Jump-Profis, die wir keine sind. Oh. Ach so, scheiße. Oh. Ich war schon drauf und bin da hinten runtergesprungen, ey. Ich mach mal grad den Fly-Mode dann rein. Wenn ich runterfalle, muss man nicht immer hier wieder hoch. Ach, so. Hör doch ab. Ja, doch hoch müssen wir trotzdem wieder. Alter, bis zu schon weit. Oh, fast. Oh, nicht viel zu hoch. Ah, shit. So, wie ich es auch gekommen. Da war ich auch den Game-O-Train. Das ist so, geht dann schneller. Oh, scheiße. Game-Mode, so. Man kann ja auch nicht sterben, hier fällt mir sowieso mal ein Wasser. Oh, das gibt es doch nicht. Bis zu der einen Stelle schaffe ich es jetzt immer. Oh. Fast immer. Oh, jetzt bist du mir in die Idee. Oh, nee. Das war dumm. Das war auch nicht so toll. Oh, scheiße. Schon wieder hinten runtergeflogen. Jaja, die Map wird schwer. Scheiße. Oh. Fuck. Ich war immer hinten runter. Ich hab jetzt vergessen, ich hab vergessen zu springen. Was war das denn? Was war das hier für ein Komierkack? Oh, shit. Oh, du. Oh, scheiße. Und wir haben mal sehr abwechslungsreiche Kommentare jetzt. Ja. Professionell. Oh, was ist das für ein Sprung? Einfach beim ersten Hindernis schon am Abkacken. Ja, aber so richtig. Ey. Shit. Oh, jawoll. Komm. Wie geht das? Oh, scheiße. Oh, ja. Oh, scheiße. Ich hab gedacht, die Westen zu Ende, aber da ist noch einer. Oh, Mann. Ende vom Schluss. Oh, Gott. Das ist eine Map. Ah, das ist... Der Sprung ist ja sauschwer. Der eine. So, das... Oh, fuck. Das hier gibt's ja gar nicht. Das ist ja kritisch schwer. Ja, also nix mehr so mit, äh, hier einer Leiter machen, Leute. Das ist für uns, äh... Jump-Noobs zu schwer. Scheiße. Oh, zu weit. Man muss direkt, wenn man drauf ist, äh... ducken und drücken. Ach so, dann. Das mach ich gar nicht. Ich geh mal nur noch mal einen Schritt zurück. Ja, gut. Oh, fuck. Weil ich fall sau oft vorne drüber. Ja, man muss es auch nicht machen, aber ich hab irgendwie... Hab ich es jetzt gemacht, dass ich Geist gebracht. No. Oh, fuck, was ist das denn? Ich glaub, wir sind jetzt schon fünf Minuten, das hier machen. Ich hab irgendwann... Also, im Moment, guck ich ja die... Adventure Map Let's Place von dir auch dann nochmal, wenn sie auf YouTube sind, um auch mal zu sehen, wenn es zwei verschiedene Wege gibt, wo du lang gehst. Und auf jeden Fall waren wir da. Bei irgendeiner Map, wo waren das noch? Ich glaube, in dem Lava-Labyrinth, wo wir ewig rumgeirrt sind, da hab ich dann auch ein paar übersprungen, in der Welt. Yes. Hast du es geschafft? Dann versuch ich es jetzt noch einmal, wenn ich jetzt... Nee, du versuchst, so oft, bis du es schaffst. Nein, was war... Oh, fuck, fuck! So, ich war so nicht noch mal, ich hab's geschafft. So, ich hab den letzten Ends auch geschafft. Ich war grad... Da eben nämlich auf dem Volk der Schalter auf den Weg. Ach so. Ach, Klaus, da oben bist du hier eigentlich runtergefallen. Ich wollte gucken, wie du die machst und dann bin ich schon auf den Sprung. Auch so die ganze Tür ist jetzt im Arsch. Ja, ist ja egal, wir können ja, wir brauchen das ja nicht. Wir können dann ja hochfliegen, ist ja egal. So, Game und mal ausmachen, bevor ihr wieder alles in die Hose geht. Null, so. Oh, das Ding zichtigen. Ha! Oh, das verkackig, bis ich halt hundertmal. Hä? 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 Bitte, F? Na, geschafft. Wie, wieso bin ich gestorben? Also, stirbt Achel, so, ne? Ja. Wie, hä? Hä? Äh, stehst du schon drauf? Ich fliege grad rum. Dann stell dich mal hin. Hey, hier, hier klatscht man rum und kommt gegen diesen, äh... Guck mal hier, da ist nur ein Stein, ich hab' mich grad gern zu dir Porten. Ach so, Moment. Achtung. Ja, jetzt kannst du. Ja, jetzt hab' ich selbst Game und angemacht. Da, guck mal, hier ist doch so ein, äh... so ein Bedrock, der nur eins über der Strecke ist. Da passt man doch gar durch. Äh, keine Ahnung. Hier. Hier unten. Da. Also, weißt du was? Du kannst ja auch einfach hier hochlaufen, da musst du ja nicht fahren. Ne, eben nicht. Wegen dem Endstein-Dorf. Ach so. Okay. Ja, dann musst du rechtzeitig aussteigen. Äh, was ist denn? Sauté, wie du das auch mal weißt. Wieso wär das Ding los, oder? Ich glaub, bei mir leck's grad. Ne, ich hab' den, gern noch. Ne, der fährt nicht los. Ups, ah fuck.